Hey, tschau zusammen und willkommen zurück zum Reminent Rappelkisten für die Vierteljahrhundert Folge. Ha ha ha, Folge 25, Stardew Value, auf der David Hassel Hof. Wir haben wieder ein bisschen Geld bekommen, wir haben über 8'000. Wir versuchen noch unsere Haken weiterentwickeln lassen, weil jetzt gerade heute brauchen wir sie nicht mehr. Es ist der letzte Tag vom Frühling. Morgen, äh, neue Zeiten, sollten wir sie dann wieder haben. Aber ich danke, bis der Krämer sind noch gar nicht übert. Hallo Rainy, ich habe gute Nachrichten für dich. Vor ein paar Tagen hatte ich einen Durchbruch in meinen Forschungen über die hiesige Flora und Fauna. Ich erspare dir die langweiligen Details und komme gleich zum Punkt. Du kennst doch diese leere Höhle dort drüben, ein wenig weiter westlich. Dir da nie ohne Seife waschen lassen. Ich habe eine Methode gefunden, einen Nutzenbesier zu schaffen, für uns beide. Ich würde die Höhle gerne zum Anlocken bestimmter örtlichen Arten verwenden. Auf diese Weise kann ich sie in einer besseren, kontrollierten Umgebung beobachten. Und du kannst ernten, was auch immer sie uns hinterlasten. Kann die Höhle entweder für Pilze oder Fruchtfledermäuse auslegen. Die Fledermäuse hinterlassen hin und wieder Früchte zum Einsammeln. Was davon würdest du bevorzugen? Äh, ja, keine Ahnung. Fledermäuse sind halt nicht gerade meine Favoriten-Piecher. Pilze, Fledermäuse. Was sollen wir nehmen? Kann man das später mal ändern? Fledermäuse, Pilze, Pilze. Bei Pilze muss man nichts machen. Fledermäuse. Äh, was denkt ihr? Scheisse. Ähm, nehmen wir mal Fledermäuse. Oder Pilze. Nehmen wir Pilze. Pilze sind wir sympathisch, Fledermäuse sind wir nicht so sympathisch. Alles genau, ich bereite alles sofort vor. Sollte nichts allzu lange dauern. Danke, dass du mitmachst. Ja, ist ja wohl klar, Dimitius. Okay, da sind nicht wirklich viele Sachen gewachsen. Auch da nicht. Das heisst, das haben wir wohl alles verschüttet. Ich dachte, die wachsen noch am 28. Tag. Benötigt Sense. Ah, immerhin, okay. Sense-Balenze. Eine Sense habe ich natürlich. So, und auch da ist leider nichts gewachsen. Das wird wohl morgen dann alles zur Sau sein. Schade. Schade, schade, schade. Auch der Blumenkörl ist nicht mehr. Hat es nicht mehr geschafft. Ich denke, dann können wir uns auch jetzt aber eigentlich das Wasser sparen. Dann nehmen wir da noch. Letzte, äh nein, nicht das, sondern das hier. Ah, das bedeutet 5 Erz. Wir haben gar nicht mehr 5 Erz. Okay. Zack, rein. Äh, das rein. Da unten, die Steinaufel. Äh, da, 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 da. Passt die nachgekommen? 3. Vielleicht kann man dort noch 2 kaufen. Was haben wir denn da? Ungemahlener Reis. 1. 1. 1 in seiner rösten Form. 5. 1. Und füllen sie dies durch eine Mühle, um den Wert zu erhöhen. Topaz. Weisst ihr genau was das ist? die da oben die da oben respektive die standard können wir eigentlich wirklich verkaufen die guldige pastinake schade dass wir die nicht cherry bombs die da oben das verkaufen wir natürlich das ist das was wir geerdet haben zack 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 und hinfort mit euch wir können auch mal mit es ist Samstag oder ist das Sonntag? oder ist das Sonntag? dann hat es hier noch Sachen zum sammeln die nehmen wir natürlich immer mit auch wenn es der letzte Tag noch ist nein was damit will das mit dem Wasser das mit dem Wasser können wir uns wirklich sparen weil jetzt am letzten Tag ist das nachher einfach vorbei es wäre vergebene Liebesmühe so heute hat nie mehr Geburtstag aber es hat da irgendwo einen Auftrag also wir gesucht ich brauche verfeinerter Quarz für das Trinken das Mond ist Zauberer verfeinerter Quarz ich weiss gar nicht genau was für verfeinerter Quarz soll sein bringe Zauberer verfeinerter Quarz ich weiss nicht mal wie ich zu verfeinerter Quarz komme aber äh angenommen ist angenommen ich meine easy hey Penny Jockey Kuchen für dich danke dir das sieht speziell aus ja das ist Jockey Kuchen also äh es ist schon nicht ganz ohne kann ich auch noch etwas mit dir reden Hallo das Wetter ist heute interessant oder? Entschuldige mhm ich habe übrigens Bücher gefunden hast du gesehen unheimlich sackstark finde ich haben wir das gemacht du 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 eventuell stellen wir dann es ist verschlossen geöffnet 9 Uhr bis 16 Uhr ihr wisst was das heisst für 10 Minuten holen wir uns da noch schnell festste Fang den fettestesten Fang die wir je geholt haben du 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 Ich muss jemanden in den Sound mitmurmeln. Ich bin mir wirklich leid. Wir haben hier mal Gemüse gefangen. Wäre schön, wenn wir noch ein Fischchen rausziehen, bevor wir hier zum... Schmied gönnt. Tup tup. Tup tup. Ja, okay. Okay, lass mir das. Ist doch noch besser. Grüen, Olga. Ziemlich schleimig. Tup tup. Hey, grüezi. Werkzeug verbessern. Und zwar Kupferhacke. Danke, ich fange damit mal wie möglich an. Sollte in ein paar Tagen fertig sein. Hey, merci. Ich wünsche noch, nein. Ich verschenke doch nicht einfach Schokolade. Oha. Wie soll ich an diesem Brief da hinten kommen? Penny Flöge. Oh. Wie schaffe das Herr Müller? Schubsen sind einfach mal weg. Hier bitte schön. Ja, also... Ich hätte das... Ich hätte das auch geschafft und ich kann mich auch sehr alleine bewegen. Wie zerbrechlich hältst du mich eigentlich? Jo, 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 jo. Ohne, hebt die Schlitte. Hä? Rainy, du hast uns beobachtet. Habe ich. Habe ich. Das war sehr nett von dir, Penny. Du hättest ihn in Ruhe lassen sollen. Jetzt ist er beleidigt. Ich spazier noch etwas nach oben mit meinem Eingling. Das war sehr nett von dir, Penny. Danke. Ich wünschte nur, George wäre nicht so aufgebracht. Ich wollte nur helfen. Ja. Es tut mir leid, Bräulein. Ich hätte nicht so wütend werden sollen. Alle sie sind nichts, was die Jockey-Kuchen nicht gekriegt hat. Es war eigentlich ziemlich nett, dass du mir geholfen hast. Schon in Ordnung, Hermione. Ich verstehe es. Jetzt peace out. Es muss schwierig sein, alt zu werden. Ich denke lieber nicht darüber nach. Es ist einfacher, ein anderer Lebensabschluss. Deswegen sollten wir jetzt Respekt vor dem Alter haben. Ich würde lieber Jungen sterben. Okay. Deswegen sollten wir Respekt vor dem Alter haben. Das ist nett von dir. Ich stimme dir da voll und ganz zu. Wir sollten unseren Eltern gleich nur Respekt entgegenbringen, den wir uns irgendwann erhoffen. Schon doch total korrekt. Nun, es war interessant mit dir zu reden, Rini. Ich sollte gehen. Tschüssi. Jetzt ist noch ein Jockey-Kuchen mit auf den Weg. Und genau so holen wir das Penny-Puyakasche. Jawel. Grünalge ist für nichts der Scheiss. Der ist für nichts der Quark. Warum? Weisst du was? Danke, das ist gross an dich. Luis. Ich bin seit ganz 20 Jahren Bürgermeister dieser Stadt. Keiner möchte gegen mich antreten. Du erzählst ja eigentlich immer etwas gleich. Ich mag es Bürgermeister zu sein. Schauen wir mal, wie es da aussieht. Oh, Penny zwei Herz. Ihre Mutter auch zwei Herz. Emily zwei Herz. Und Piers Geburtstag habe ich vergessen. Und Linus habe mir einen Ruchen geschenkt. Der hat uns leider nicht viel gebracht. Ich frage mich noch etwas. Lea. Die hat sicher auch gerne Blümchen. Wie sieht es bei dir aus? Jody. Ich nehme mir deinen Tag frei. Du hast recht. Ich habe nichts mehr Schlaues. Hat nicht sie nicht gerne Blümen. Das ist doch sie. Sie, die Blümen kostet. Jody. Du hast noch kein gutes Geschenk geschenkt. Du hast es einfach genug verhängt. Wann haben wir denn da? Sie ist nicht ansprachbar. Ja. Weil wir schon gerade die Hände haben. Was ist das denn? Das ist jetzt etwas anders. Oh. Können wir mitnehmen. Deswegen brauchen wir aber nicht mehr. Äh, hier. Ja, und ich bin ja vermutig, was das für einen Tag wird. Ich denke, wir gehen wieder etwas fischen. Minusmuscheln haben wir auch nicht abgegeben. Wir können ja nichts mehr abgeben. Nichts, nichts, gar nichts. Kleinen Spass. Da, 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 da. Da, da. Vielleicht ist es eigentlich eine blöde Entscheidung. Sein Tag habe ich jetzt noch. Hätte aber vielleicht gescheiter erst mal gebraucht. Weil, jetzt ist sie eigentlich am ersten Tag, wo wir die neue Saat kaufen können. Ähm. Nur, wo man die neue Saat kaufen kann. Was ist denn? Ich glaube, wir haben ja am ersten Tag nichts zu hacken. Hey, nicht zu gesprengt, kleine Fisch. Soooo, und dann haben wir ein Hering. Einen neuen Rekord-Hering. Aber den können wir nicht abgeben. Den verhafen wir nachher unseren Kammeratschwung oder Arsch Schmeissen wir noch da hinten einmal raus. Ja, beissen sie heute, habe ich gehört. Ja, beissen sie lecker, beissen sie heute. Hm, 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 hm. So, komm, 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 komm. Du, du, du. Und? Einen Schatztruhe. Bestell ich als Dessert. Immer einen Strand. Einen Sardinen. Nützt uns auch nicht viel. Und jetzt da noch in den Strandnähe. Da fangen wir uns, da ziehen wir jetzt einen Stiefel raus. A-rá-rah-däh-däh-d�öns Stiefel. Holen wir uns den Stiefel zurude. Ui oi 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 marginalized, vielleicht die ganze Körsche Schatztruhe, wirklich wenn ich etwas gelernt habe im Spiel wohl ca. Bier bis jetzt. Dann musst du den Schatz einfach holen. Wow, ein Fluttern? Und? Amphibienfossil. Und da kann ich mehr darüber erzählen. Well, Klaus, können wir fluttern? Können wir auch nicht im Stadtzentrum abgeben. Okay, aber immerhin haben wir jetzt ordentlich Fische gefangen, dass wir uns auch nicht allgemein, glaube ich, rausnehmen können, dass wir halt unter Umständen noch nicht hacken können. Wir haben es zu relativ früh gebracht, Kollege Schuhrat. Grüezi. Ich mache nochmal schnell den Check. Pflundern, wenn wir nicht brauchen. Auch nichts. Von dem her. Haben wir da wieder ein bisschen Geld gemacht? Wie sieht es bei dir aus, Gringo? Herr, ich habe für dein Bauernleben gestaltet sich so, wie du es dir hofft hast. Jo, definitiv. Äh, okay, jetzt mal Funt, das nervt mich. Ja, bis jetzt denke ich haben wir nicht so schlecht. Äh, vorwärts und äh, mit unserer, mit der eigenhändigen Arbeit, sozusagen, fühlen wir uns relativ wohl. Und uns da noch ein Teammuseum spenden. Ich hätte auch schon gerne, wenn er uns noch etwas erzählen würde, oder über was wir da gefunden haben. Es steht ja eigentlich, uns mehr erzählen. Das ist aber irgendwie, dann habe ich es doch nicht so ganz der Fall. Können wir noch Goldpastinaken posten? Wann der Pierre dir nicht einmal geboten hat, dann müssen wir vielleicht etwas machen. Madame? Wie nett, danke dir. Es ist so schön in den Endes mehr zu leben. Das Geräusch, der wegt mich immer in den Schlaf. Als Kinder habe ich mich nach Muskeln gesucht, sobald es eben war. Das waren noch Tage, du. Das waren noch Tage. Hey. Macht dir Spaß, auf dem Hof zu arbeiten? Ja. Nun, das ist gut, nicht? Jo. Danke. Danke. Was für'n Scheiß schenkst du mir? Wenn ich es nicht aus dem Haus schaffe, werde ich wahnsinnig. Außerdem muss ich meine Beine trainieren. Ja, Mann. Leg day. Never skip leg day. Goldpastinaken. Hast du noch ein paar? Scheinbar. Scheinbar nicht. Einfach auf dem Lauch da. Du Lauch. Was ich mir jetzt auch nicht überlegt habe, das ist jetzt auch so ein Assi-Move. Und wir gehen noch da unten schnell vorbei. Weil da unten wachsen ja immer wilde Sachen noch und nöcher. Vielleicht... Vielleicht ist wieder etwas gewachsen. Können wir das noch verkaufen? Weil morgen würde ja alles verkeihen. Es wäre jetzt mega blöd, wenn morgen wirklich nicht den letzten Tag irgendwie wäre. Wow, schau dir das mal an. Das sieht echt sehr alt aus. Auf die andere Seite. Ich habe dann gesagt, dass dahingehend alt aus, weil ich es nicht gewässert hätte. Das wäre natürlich sehr dumm. Aber es würde ja ein bisschen zu mir passen. Das hat jetzt nirgends Würmchen. Gut, muss ich ehrlich sein, finde ich noch überschaubar. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht wirklich einen Hutsposten. Aber... Oh, da. Wasserblasen. Hat nicht das Papi gesagt, ich muss auf Wasserblasen achten. Fast. Irgendwann. Entweder die Wasserfrau, weil er passen Wasserhör. Oder die Papi, die sich das Spiel auch gezogen hat. Hat gesagt, ich muss auf Wasserblasen achten. Ja, weil dann fängt man Grünalgen. Oh Mann. Was macht er euch dort mit Pilz und Fledermäuse? Ich glaube, er kann mich jetzt für Pilz entscheiden, aber ich weiss nicht so recht. Was er genau gemeint hat mit den... Kann er so Sachen anziehen. Der Fisch ist ein bisschen müde. Perfekt. Ein Gotteslachs. Ich habe nie einen Max-Auswurf. Ich habe keine grünen Algen. Das ist doch einfach für nichts. Jetzt holen wir da noch schnell Teichfisch rein. Locker. Genau so war ich noch nicht gemeint. Oha, look auch da. Wer kommt da des Weges? Lea. Wenn du in meiner Hütte irgendeinen klopfen hörst, bin ich das vermutlich nur. Während ich an meinen Skulpturen arbeite. Okay. Das ist ein wirklich nettes Geschenk. Danke dir. Lea ist auch noch nett, irgendwie. So, ich muss noch ein bisschen fischen, Lea. Ja. Ich schmecke mir in mein Ohr rein. Oh, jetzt holen wir uns doch noch schnell einen riesen Hering. Yes, perfekt. Ein Schwarzbarsch. Oh Mann, ich habe meine Hausaufgaben die ganze Woche aufgeschoben. Dann werde ich mal wieder eine Nacht durchmachen müssen. Was soll ich damit anfangen? Ja, eis es doch zum Beispiel. Yes. Jetzt bin ich echt gespannt. Wie wir auf dem Land können Sachen fangen. Ähm. Dafür schauen. So, jetzt. Jetzt bin ich echt gespannt. Hat sie schon blau gemacht? Ich habe doch gerade meine Nasse gekratzt. Jetzt bin ich echt gespannt, wie dann der nächste Tag aussieht. Ich kann mal sagen. Wir werden das allererst so richtig Saatposten gehen. Und dann richtig verlaufen. Haha. Weil wir noch nie einhaken können. Wir haben noch ein bisschen Energie. Deine Spitzhaken ist nicht schade genug um diesen Felsen. Okay. Dann halt nicht. Ich habe gemeint, ich habe jetzt hier schon voll. Die Monster Spitzhaken. Immer schön ein paar Steine sammeln. Dann halt. Und dann halt Ticket etwas. Moonlitil. given出來. Blau. Trigkeitmusik. 아이�ol 같이 jertischen Garten kommen. Wenn man am Schluss nochem vorige Energie hat. Der hier eine Garten ohne für die befechten, Google eine Garten referral. Und studche nun mein Glas damit. Dann halt nur um dasemon greet, das superheroes nämlich ja einaferkarbon oder Imp mesmo. Was er in dieser Höhle genau macht. Oha. Okay, und da wachsen einfach Pilze irgendwie, oder was? Sich das wässern. Macht er das? Das genau will er von mir. Wenn wir jetzt da mal die Sachen gehen. Können wir uns mal überlegen, was wir eigentlich noch bauen könnten. Wenn ich jetzt da mal so durch dieses Herstellungsding durchgehe. Da haben wir einen Holzzaun. Da haben wir schon einen Steinzaun. Können wir da auch. Eisenbahnen. Krass. Hier. Das haben wir schon. Das Bienenhaus kennt man. Braucht aber einen Ahol-Sirup. Das haben wir noch nicht. Die Schmelzofen haben wir schon drei. Dann haben wir Geschwindwachs. Mal fünf. Braucht Kiefernteer und Venusmuscheln. Hydrogel. Also das ist, stimuliert die Blätterproduktion, steigert die Wachstumsrate einer Pflanze garantiert um 10% in das bestellte Feldmisch. Diese Erde besitzt die Eigenschaft eventuell über Nacht bewässert zu bleiben in das bestellte Feldmisch. Und das ist einfach bessere Quali. Okay. Ein Zapfhorn. Bringe ihn an einer Kiefer, einem Ahornbaum oder einer Eiche an und warte darauf, dass sich der Speicher mit dem Erzeugnis füllt. Okay. Zwei Kupferbohren, finde ich aber noch krass. Sprinkler. Eisen. Da brauchen wir Eisen. Kohlebrennofen. Das haben wir schon. Ein Einmachgefäss. Macht aus Gemüse eingelegtes und aus Früchten Marmelade. Eine Mayonnaise-Maschine. Das ist eigentlich, das macht Eier zum Mayonnaise, aber haben wir noch keine. Steinschild. Cherry Bomb. Vier Kupferlärzte Cola. Wilder Saat. Wilder Saat. Sommer. Weitrauben. Edelwicker Gewürzbeere. Wir müssen es wieder merken. Müsli-Riegel. Holzpfad. Schotterpfad. Treppen. 99 Steine. Dann kommen wir einfach eine Stufe runter. Pflanzern rein. Lebenselixier. Stellt Gesundheit vollständig wieder her. Roter Pilz. Violetter Pilz. Morchel. Pfifferling. Von dem her vielleicht nicht schlecht, haben wir auf Pilz gesetzt. Kräbenräusel. 40 Holz. Drei Eisenbare. Eisen finde ich aber eigentlich noch krass. Eisen haben wir aber noch nicht wirklich so viel. Legen sie ins Wasser. Setzen einen Köder hinein und schauen. Am nächsten Tag. Nachher ob du irgendwas gefunden hast. Dann der Ring. Der haben wir gesagt machen wir nicht. Das Lagerfeuer. Das könnten wir mal machen eigentlich. Käfersteak. Wie ist denn die Kröter schon wieder? Käferfleisch. Eis Käferfleisch könnten wir zur Kröter verarbeiten. Okay. Dann schauen wir mal, was haben wir eigentlich da drin so alles. Haben wir die Hüsse? Käferfleisch. Quarz. Wenn klar kein Teil der Häufigen Hüllen und Mingen gefunden wird. Genau. Lehm haben wir. Cherry Bombs. Geschwindwachs. Den hätten wir vielleicht sollen drauf tun. Melonensaat. Frühlingssaat. Und die goldige Pastinale Kröter. Da. Da. Das behalten wir einfach mal. Sorry. Die Hüte. Die bringen wir dann. Zum. Äh. Die Königin der Soßen. Grüße. Ich bin die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus meinem geheimen Kochbuch vor. Das Gericht dieser Woche ist. Omelette. Das ist so ein einfaches Gericht. Wird aber oft falsch zubereitet. Ein perfektes Omelette ist eine Schönheit. Es ist ein purer, goldener Engel aus schimmernden Eiern. Und ich zeige dir meine Geheimtechnik. Du hast gelernt, wie man Omelette macht. Das ist noch gut. Was sagen wir. Gut. Das ist jetzt heute wenig. Wetterbericht. Willkommen zu CoS5. Morgen wird der ganze Tag klar und sonnig. Okay. Ja gut. Wir sind ja auch schon wieder bis 27 Minuten. Wir gehen ins Bett. Hofarbeit Stufe 5. Wähle einen Beruf. Viehzüchter. Tierische Produkte sind 20% Mehrwert. Naturpflanzen sind 10% Mehrwert. Damit, ich denke wir werden länger mit Ackerbau beschäftigt sein. Tierische Produkte sind 20% Mehrwert. Das wäre zwar schon noch saftig. Nutzpflanzen sind 2% Mehrwert. Wir gehen auf das. Oha. Oha. 1900 Gold haben wir reingeholt. Grüne Algen. Der guck aus. Aber da hat es ja auch saftig reingeschneit. Zum Glück sind wir hier unten noch schnell vorbei. Es gibt doch gleich ein bisschen Geld noch. Wille Meere, Narzissen, Lauch, Löwenzahn. Und vor allem das goldige Zeug. Da hast du ja gesagt Gold wert. Haha. Ich weiss ja goldige Zeug. Yo. Tag 28 in Frühling ist vorbei. Erster Tag im Sommer. Herzlich Willkommen im Sommer. Bevor wir uns jetzt aber im Sommer stürzen. Ich habe übrigens das letzte Mal noch gesehen in den Videos. Wenn eigentlich das Werkzeug parat ist, wirst du da unten eine Mitteilung bekommen. So. Das haben wir jetzt nicht. Von dem her denke ich. Es ist noch nicht ready unsere Haken. Wenn wir wohl noch am Tag uns gedulden mit dem abpflanzen. Aber hey. Auch da werden wir hoffentlich nicht gleich verlumpen. Ich danke euch für's dabei sein. Bei dieser Folge wäre cool wenn ihr auch in der nächsten Folge Folge 26 wieder dabei wären. Bis dahin. Bleiben sauber. Macht keinen Scheiss. Bis und ciao zusammen.